Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nr. 80. In dieser Folge geht es um unseren Körper, denn wir brauchen ihn, um unser Potenzial zu erforschen und auszudrücken. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacker. Hallo liebe Potenzialforscherin, hallo lieber Potenzialforscher. Heute möchte ich den Fokus auf einen wichtigen Aspekt legen, wenn es um unser Potenzial geht. Im Alltag vergessen wir ihn oft, doch er ist zentral, wenn es darum geht, unser Potenzial zu entdecken und auch auszuleben. Unsere Körper. Unser Kopf oder besser gesagt unser Gehirn ist ein wunderbares Gebilde. Unglaublich, was wir mit ihm alles lernen, durchdenken, analysieren und planen können. Im Potenzialforscher-Modell ist er genauso wichtig und gleichwertig wie unser Herz und unser Bauch. Im Alltag bewegen wir uns sehr oft im Kopf, wenn wir über unseren Weg nachdenken, über das, was wir wollen, was wir gut können, was uns ausmacht oder was unsere Stärken sind. Das ist total wertvoll und auch gut, doch wenn wir nur im Kopf sind, dann gibt es ein paar Stolpersteine, die uns eher behindern, statt unterstützen, unser Potenzial zu erforschen und zu leben. Schauen wir uns das genauer an. Unser Kopf neigt dazu, das Außen als Kriterium an erste Stelle zu setzen, also die Erwartungen von anderen, die Ideen unserer Umgebung und unserer Kultur, das, was uns im Außen so vorgelebt wird, wie eine Familie aussehen soll, was Erfolg bedeutet, was Erfüllung sein soll. All das ist an und für sich nichts Schlechtes, aber es kommt nicht von innen oder wird mit unserem Inneren nicht abgeglichen. Wir neigen dazu, Erwartungen zu erfüllen, die mit unserem Weg vielleicht gar nicht übereinstimmen und nicht unserem wirklichen, wahrenvollen Potenzial entsprechen. Spüren können wir das nur dann, wenn wir nach innen horchen, also unseren ganzen Körper mit einbeziehen. Eine Übung dazu stelle ich dir übrigens noch gegen Ende dieser Folge vor. Wenn wir also unseren Körper nicht so wahrnehmen, eher im Kopf sind, dann fehlt uns der Zugang zu unserem Bauchgefühl, einem wichtigen Teil unseres inneren Kompasses. Nicht umsonst verfügt unser sogenanntes Bauchgehirn über 200 bis 500 Millionen Nervenzellen. Im Potenzialforscher-Modell sitzt in unserem Bauch unser Instinkt und dieses Gespür, dieser Scharfsinn, der uns Dinge erahnen lässt. Unser Bauchgefühl gibt uns eindeutige Hinweise, wie wir uns in einer wichtigen Frage entscheiden oder welchen Weg wir einschlagen sollen. Wir alle kennen Situationen, in denen unser Bauchgefühl uns gewarnt hat und wir nicht darauf hörten. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio nennt diese Bauchgefühle somatische Marker. Das können sowohl angenehme als auch unangenehme Körperempfindungen sein. Zum Beispiel eine angenehme Wärme im Bauchraum, ein Öffnen des Herzbereiches oder ein Knoten im Hals. Ein weiterer Grund, warum unser ganzer Körper so wichtig ist, nur wenn wir zum Beispiel eine starke oder Ressource im Körper spüren können, können wir die darin liegende Energie vollständig ausschöpfen. Dann verhalten wir uns auch ganz anders, als wenn wir nur aus dem Kopf handeln. Das hat eine ganz andere Qualität. Das liegt daran, dass dann in unserem Nervensystem ein viel stärkeres neuronales Netzwerk gebildet wird, auf welches wir zugreifen können. Kommen wir zum Thema Stress. Stress findet nicht in einer gedanklichen Blase statt, Stress findet im Körper statt. Unser Nervensystem sorgt dafür, dass wir mit Stress umgehen können. Dafür erhöht es zum Beispiel die Herzfrequenz, pumpt mehr Blut in die Muskeln von Armen und Beinen, die Verdauung wird heruntergefahren, die Bronchien erweitert. Eine Kaskade von Hormonen schießt durch den Körper. All das, um uns fit zu machen für Kampf oder Flucht, also das Bewältigen der stressreichen Situation. In diesem Modus haben wir keine Kraft frei, um uns mit Potenzialen, Entwicklung und Wachstum zu beschäftigen. Der Körper versucht aus seiner Sicht gerade zu überleben. Gelingt uns das Bewältigen des Stresses nicht oder dauert dieser Stress über sehr, sehr lange Zeit an, ohne dass wir das beeinflussen können, hat das schwere Folgen für unseren Körper. Er kann krank werden. Spannend ist, auch wenn wir unser Potenzial vielleicht kennen und nicht leben, zeigt sich das irgendwann deutlich im Körper. Man könnte sagen, sich selbst oder den eigenen Weg nicht zu leben, ist ein immenser Stress mit den entsprechenden Auswirkungen für den Körper. Dazu gehören Migräne, Rückenschmerzen, Burn-out, Schlafstörungen, Erschöpfung oder chronische Schmerzen. Wer dazu mehr erfahren möchte, dem empfehle ich das Buch von Dr. Gabor Maté, Wenn der Körper Nein sagt. Ich werde das in den Shownotes vermerken. All das ist also kein esoterischer Hokus-Pokus oder keine eingebildeten Symptome, sondern pure menschliche Biologie, unser Körper. Nicht zuletzt drücken wir unser Potenzial ja auch über den Körper aus. Eine talentierte Referentin braucht ihre Stimme, also ihren Körper, um ihre Begabung auszuleben. Ein Schreiner seine Hände. Es gibt keine Trennung zwischen uns und unserem Körper. Das ist eine Illusion. Alles passiert in und mit unserem Körper. Wir fühlen auch keine Emotionen außerhalb unseres Körpers, sondern über körperliche, biologische Zustände. Wenn du magst, lass uns nun ein kleines Experiment dazu machen, eine kleine Übung. Du kannst deine Augen gerne schliessen oder offen lassen, ganz so, wie es für dich stimmt. Denke an eine Stärke von dir. Oder falls dir das gerade schwerfällt in diesem Moment, an etwas, das du sehr, sehr, sehr gerne tust. Eine Tätigkeit, die dir einfach Freude macht. Stell dir genau vor, wie du diese Tätigkeit gerade machst und tauche ein in die damit verbundenen, angenehmen, positiven Emotionen. Was spürst du in deinem Körper? Wie ist es da jetzt? Ist da vielleicht Wärme, ein Weiterwerden, ein Kribbeln? Nimm wahr, was sich dir zeigt. Was spürst du in deinem Körper? Was spürst du in deinem Körper? Und was spürst du? Welches Gefühl ist da? Vielleicht ist das Freude, Begeisterung, Liebe? Wie fühlt sich dieses Gefühl im Körper an? Lass dir noch einen Moment Zeit, um bei dieser Erfahrung zu verweilen und sie zu geniessen. Und wenn du soweit bist, dann bewege vielleicht deine Finger oder Füsse, nimm einen tieferen Atemzug und komme zurück ins Hier und Jetzt. Wie war das für dich? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Vielleicht hast du Lust, dir ein paar Notizen dazu zu machen. Also fassen wir nochmals zusammen. Wenn wir nur im Kopf sind, fehlt uns ein grosser Teil unseres Inneren. Unser Körper gibt uns wichtige Signale über die somatischen Marker. Der Einbezug vom Körper bildet stärkere neuronale Netzwerke. Stress blockiert den Zugang zum Potenzial. Wenn wir unser Potenzial unterdrücken, zeigt sich das im Körper. Wir machen alle Erfahrungen in und mit unserem Körper. Mit unserem Körper Freundschaft zu schliessen, ihm unsere Aufmerksamkeit zu geben, ist wichtig, um unser Potenzial zu erforschen und auszuleben. Für Menschen mit Trauma, und das sind sehr viele von uns, ist das nicht ganz so einfach und ein längerer Prozess. Sich dafür Unterstützung zu holen, ist hilfreich und wichtig. Niemand von uns muss das alleine machen. Und das Leben wird viel lebendiger und authentischer, wenn wir nicht nur im Kopf unterwegs sind, sondern uns erlauben, ein ganzer Mensch zu sein. Von Herzen alles Liebe, deine Christina Und denk daran, wenn wir unser Potenzial in die Welt tragen, dann ist es Magie. Etwas in uns leuchtet besonders hell. Musik 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 Musik